Da sind sogar zwei... Wieder falscher Knopf. Hallo? Hallo? Du da? Venya helfen. Der Regen hat Rücken überflötet. Dein Volk muss höheres Gelände erreichen. Es kortiere sie zu ihrem Ziel und verteidige sie. Befreite Venya schließt sich dann im Dorf... Ha! Was ist denn jetzt los? Warum komme ich denn da jetzt nicht raus? Ganz ruhig, Mann. Ganz ruhig. Mein Gott. Sanchoadar. Ne, du Wölfe. Uschlekarpa. Da ist doch noch einer. Bleib mal kurz da. Wo ist der jetzt hin? Noch schlimmer ist eine Katze. Gehst du weg. Gehst du weg. Jetzt überlegst du es dir nochmal, ne? Ja, ja, ja. So, du bist. Okay. Sammel ich den jetzt noch ein und dann probieren wir einmal diese Eskorte. Ich akzeptiere. Was? 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 Ja, lass uns losgehen. Komm schon. Komm schon. Kommst du? Achso, ich muss sie erst erreichen. Oh Gott. Oh Gott. Junge. Hallo. Hier. Ich bin hier. Hallo. Hi. Also, ihr seht irgendwie viel fähiger aus als ich. Brich mit Jenga. Oh Gott, wie denn? Vielleicht sollte ich einmal kurz zwischenspeichern. Äh. Oh nein. Computer sagt nein. Ich kann gar nichts zwischenspeichern. Ich kann gar nichts zwischenspeichern. Feuerchen. Den haben wir hier erwischt. Den haben wir auch erwischt. Yay. Wir sind gut. Beide wieder einsammeln. Ich brenne ich? Leute. Das ist meine Schuld. Oh nein. Leute. Jetzt ist schon fast wieder aus. Kommt her. Oh, jetzt rennen die oben rum. Das wird doch nichts, Leute. Die rennen jetzt da hinten rum. Ja, ruf sie mal hierher. Ja. Oh, der rennt da hinten lang, ey. Sie steht da oben rum. Hallo. Uhu. Ja, jetzt hat sie was mitgekriegt, ne? Oh, er rennt weiter. Hey. Ihr Flachpfeifen. Was soll denn der Mist? So. Wo geht's lang? Hallo, Antoine. Hallo? Ach da. Hey du. Los, weiter geht's. So. Gehen wir aus dem Weg. Wie weit ist es überhaupt noch? Wie weit ist es überhaupt noch? Da oben ist eine Hütte. Oh, ist es hier? Bitte sagt mir, dass es hier ist. Vergessene Lichtung. Oh mein Gott. Alle vier leben noch. Wow. Yay. Uhuhuhu. Big Mama hat's drauf. Wer bist du? Okay. Was ist das? Platzieren. Was soll ich denn platzieren? Was hab ich denn jetzt platziert? Hab ich das Ding jetzt platziert? Okay. Geistertote. Uh. Uh. Okay. Ja. Okay, okay, okay. Leute, wir sehen uns im Dorf, ne? Macht's gut. Okay. Das da ist rot umrandet. Das heißt für mich, da gehe ich nicht hin. Wir sind jetzt von hier nach da gerannt. Lagerpunkt. Bin halt am überlegen, ob wir, wenn wir zurückgehen, kurz hier anhalten. Und uns den Ort angucken, wegen den XP. Und dann weit danach hier drüben gehen, zu ihm hier. Aber... Er muss ja auch irgendwas Besonderes sein. Also... Müssen wir das ja eigentlich rausfinden, ne? Ja, das wird schon. Oh, hab ich mir den Wegpunkt gesetzt? Ja. Oh, da kommt ein Wolf. Leute. Du mit dem Hirsch, ne? Da kommt ein Wolf. Wie bei der cool aussieht, ne? Alter. Was ist der jetzt? Wie cool sieht das denn aus? Hallo. Oh. Geil. Oh. Den töte ich nicht. Und ihr lasst auch den Finger davon, ne? Schön da oben bleiben. Was ist das? Grünblatt. Ja. Anscheinend ist hier alles einfach nur nach Farben sortiert. Wolfchen. Geht da lang. Okay. Dann werden wir uns ja nicht in die Quere kommen. Wer ist das? Ich glaube nicht, dass die zu mir gehören. mal schön hier Feuerchen. Oh, ein Geisel. Oh, ein Geisel. falscher Knopf. Halt ihn in Ruhe. Ich wollte ihn umbringen, ne? So. So. Halt ihn zu freien? Ja. Gut. Hier nach Westen. Achso, das sage ich ihm. Hallo. Ja. Der geht schnell nach Westen hoch. Der ist wirklich schnell nach Westen gegangen. Den konnte ich nicht mal mit. Den habe ich nicht mal mit. Hä? Minus eins? Was soll denn das jetzt halten? Einer ist sabotiert. Oder wie heißt das? Uff. Ich glaube, der war der Grund. Naja, okay. Nee, ne? Ist das der? Der Wolf hat keine Schuld. Der Idiot ist ins Feuer gelaufen. Wie blöd muss man sein? Kann ich nicht nachvollziehen. Da ist wieder so eine Tasche. Ich sammle mal ein bisschen Holz. Immerhin verbrochen wir viele Pfeile. Kurz hier so. Ne, okay. Okay. Jetzt bist du dran. Bamm. Erwischt, Junge. Ja, mir kannst du nichts vormachen. Her damit. Sehr gut. Wir kommen voran. Wir kommen voran. Da kommen die. Ah, ich brauche die doch noch. Für, ähm, den Köcher. Oh, warte mal. Hör auf, sich zu bewegen. Damit ich mehr als acht Pfeile haben kann. So. Rot. Und jetzt müsste ich den eigentlich herstellen können. Ich nehme mich auch mal mit. Oh, selten ist weiß. Oh, Mann ey. Okay. Herstellen. Sehr gut. Na dann. Oh. Mammutbabys. Hallo. So, mal gucken. Dann gehen wir mal als nächstes hier unten hin. Beziehungsweise da oben. Muss ich an den beiden kleinen vorbei. Aber ich denke mal, die werden mich ja in Ruhe lassen, oder? Hallo. Kuckuck. Bin ich da? Da sind ja schon wieder solche. Geh weg. Kommt noch irgendwas? War das jetzt ein Wildschwein, oder war das einer von denen? So. Und? Was haben wir hier? Wildschwein. Das brauche ich doch. Das braucht sich doch, glaube ich, für... Was bringt denn hier alles um? Noch ein Wildschwein. Oh, oh. Da kommt was. Geh weg. Boah, Alter. Ich hab den nur unten auf der Minimap gesehen. Und dachte nur, oh ne, da greift mich was an. Hab halt natürlich die Keule nicht draußen. Da hinten lief noch irgendwas. Alter Schwede. Was, was ist da? Was, was ist das? Venture Ereignis. Rettung. Oh. Ich komme zur Rettung. Alle wegziehen. Baum. Nein, der hat ihn glaube ich umgebracht. Och Mist, ich war nicht schnell genug. Och Gottchen. Tut mir leid. Was kommt jetzt? Da war was. Da schleicht sich was an. Was kommt denn da? Noch mehr von denen? Weg. Hab ich jetzt keine Pfeile mehr? Nein. Was ist der letzte? Ich treffe die nicht mehr am Kopf. Oh Mann, Buddy, tut mir leid. Das ist ja falsch. Buddy? Buddy ist schon weg. Oh Mann. Das tut mir echt leid um den. Ich wollte ihm helfen. Ehrlich. Aber so eine Übung bin ich jetzt auch noch nicht. Guck mal, meine Pfeile wieder. Äh, da. Okay, war ein Versuch wert. Dann werde ich jetzt mal da hochgehen zu dem Fragezeichen und dann auf der Karte, wir sind hier unten nach links schweigen. Was ist das? Hallo? 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 Ist das die da? Ich habe die erwischt? Jetzt habe ich sie. Was war denn das jetzt?